Ah! Wo kommen die alle her? Töte sie! Ja, aber guck, töte sie! Du bist lustig! Die greifen gerade unseren Villager an. Alter, das ist ein Bug! Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Bloody Cave! Wir müssen noch ein bisschen mehr farmen. Ich muss jetzt dieses Ding spawnen. Ihr merkt, wir sind mega im Stress eigentlich, weil wir müssen wirklich alles versuchen hier, so gut wie möglich euch eine gute Sache hier zu bieten, dass ihr nicht denkt, oh Gott, die Noobs, die kriegen gar nichts auf der Reihe. Wir geben echt unser Bestes hier, Leute. Also, es ist kein Scherz. Also, wir versuchen echt alles hier, um möglichst gut dazustehen und für euch möglichst eine gute Folge, eine gute Folge zu machen und auch nicht jetzt hier als totale schlichte Obernoobs dazustehen. Ich will auf jeden Fall, wenn ich nicht als erstes rausfliege, bin ich glücklich. Dann habe ich mein Ziel. Dann bin ich glücklich. Nein, dann habe ich mein Ziel erreicht. Ich grab mich noch ein bisschen weiter nach unten, wenn du nichts dagegen hast. Mach, was du willst, solange wir uns irgendwann wieder treffen. Ja, es ist ja einfach nur eine Treppe, die ganz gerade nach unten geht. Weil wir bräuchten auch noch einen Lava-Eimer. If you know what I mean. Ja, klar. Und weh, ich fahre gleich in eine Lava rein. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade nur diese ganzen roten, oder diese ganzen einzelnen Farben hier abbaue. Ich bin schon bei Pink angekommen jetzt hier. Nice. Das reicht eigentlich, wir können eigentlich durchgängig alles abbauen, ne? Theoretisch natürlich, ja. Meistens riecht mich das auf, dass diese bescheuerten Blöcke immer aufgenommen werden. Meist die Blöcke jetzt hier weg, ey. Wir brauchen die. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Wir brauchen eigentlich jeder. Achso, ja, die sind abfuckt. Ja, also. Aber sie retten unsere Leben, mein Freund. Das ist wohl richtig, weil wir sonst nicht wissen, wo wir hin müssen. So. Es wäre übrigens nice, wenn du nochmal die Route zurückgehen könntest und nochmal vielleicht dich gerade ausgraben könntest, um ein paar Bäume noch abzupflanzen. Weil Bäume, ganz ehrlich, ist das effektivste, um hier Smaragdler zu bekommen. Kein Scheiß. Gut, dann mach ich mir jetzt. Also geh, am besten mach dir so eine Mega-Axt und geh einfach die Grenze entlang, so wie wir gerade, und guck, ob du noch mehr Bäume findest. Weil dann kannst du nicht nach Bäumen fahren und ich fahren nach dem ganzen anderen schon. Jo, ja, gut, gut. Sind wir uns einig? Sind wir uns einig? Ja, Mama sind wir. Okay, so, bitte. Mein Sohn. Mein Sohn. Mein Kind. Sohn. Mein Sohne-Kind. Was? Hier lag eine Spitzhacke, eine Iron-Spitzhacke. Ich weiß, die hab ich weggeworfen. Oh mein Gott, warte, ich kann... Weil die war halt, äh, leer. Also die klappt nicht. Ich glaub, die geht nicht weg irgendwie. Bei mir ist die geplatzt, obwohl sie noch gar nicht kaputt war, aber... Oh, das ist tragisch. Das ist YOLO. Crazy shit. YOLO-Swag und Hipster ist das, mein Freund. Ja, ich grab mich einfach irgendwo... Ich bin schon am grauen Block, Alter. Ich grab mich einfach weiter nach unten. Und was echt genial wär, wenn wir eine Base finden würden von anderen, die vergessen haben, dass sie... Ja, das wär natürlich schon sehr nice. Aber ich glaub nicht so ganz dran, um ehrlich zu sein. Nö, die sind alle, glaub ich, nicht so ganz dumm. Ich schmelz mal unser neues... Wir haben noch Eisen hier. Okay, nice. Das wird noch geschmolzen. Oh, shit. Ähm, Fackeln brauch ich im Moment nicht. Mein... Wieso hab ich meine Feuerzeuge weggeschmissen? Übrigens, es scheint wieder Tag zu sein, weil jetzt keine Monsters spawnen. In der Höhle ist es immer noch egal. Ach, ach so, okay. Lole, okay. Tut mir leid, ich bin Noob. Alter, ich bin schon Level 16. Wir bräuchten auch am... Also eigentlich ein Endertable. Äh, Endertable, ja genau. Wer ist denn das? Ne, weißt du schon? Crafting Table. Nein, Endertable. Äh, hier. Wie heißt der das? Enchanting Table. Ja, danke. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Wir haben... Ich hab nämlich zweimal Wombo gespawned. Ich weiß, ich den weg, datier. Ich hab noch ein Emerald für uns. Neister Scheiß. Neister Shit, Bitch. So, ich mach mir jetzt zwei Eisen extra. Ach, da haben wir noch Sticks. Ich hab noch nichts gefunden, wo sich andere Leute lang gegraben haben könnten. Wirklich noch gar nichts. YOLO. So, so. Und dann mach ich mir noch eine Eisen-Spitzhacke. So, so, so. Und dann noch einen. So. Das kommt weg, das kommt weg. Alter, warum ist hier so viel? Hier in der Mitte sind, alter, mega viele Blöcke einfach. Ja, ich geh auf Baum suche. Ja, geh auf Baum suche, bitte. Danke. Ja, okay. Hetz mich nicht, hetz mich nicht. Hetz dich nicht. Ich besetz dich nur unter Druck. Ach, okay. Das ist in Ordnung. Ja. Wollte schon sagen. Wenn du damit nicht einverstanden wärst, dann war ich auch nicht. Hättest du bei mir schon verkackt. Ich höre eine Zombie. Eine Zombie? Danke für den Rottenflash. Daraus können wir uns auch schon jetzt mittlerweile einen Emerald machen. Oh, ganz viele Zombies. Geil. Ich würde sie. Und wie du stehst, alter? Ich bring dich um. Ich sterbe nicht. Selbst ich sterbe nicht, obwohl ich der Oma nur bin. Das muss schon was heißen. Das ist ja einfach das Spiel hier. Oh, Eisen. Ich bin noch ein Baum gefunden. Eisen. Ich finde es wirklich schade, dass mein Eisen nicht auch tauschen kann gegen das Marakte. Finde ich ein bisschen blöd. Aber Eisen ist ja eigentlich auch was, was jetzt nicht so irgendwie überall rumfliegt und fliegt. Fliegt und liegt. Schmeiß ich dir mal weg. Schmeiß mal ein paar Bäumchen. Für Eisen schmeiß ich das doch gerne weg. So, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ich bin voll. Du bist voll. Du trinkst zu viel. Ja, ich weiß. Tut mir leid. So. Hast du mal über eine Therapie nachgedacht? Okay, ich packe hier erstmal fest. Lol. Ne, habe ich noch nicht. Wenn du willst, kann ich dir gerne behilflich sein. Nein, danke. Schade. War nur gut gemeint. Schreib mir doch nicht mehr immer gleich an. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt auch rechts das Leben sehen. Das ist normalerweise so geplant. Alle haben noch zwei Leben. Ist noch niemand wirklich gestorben, was ich eigentlich ziemlich bemerkenswert finde. Ich weiß, dass jemand fast gestorben wäre. Ich weiß aber gerade nicht, welches Team. Das ist ja, weil sie sind in den Lavaseer gefallen. Oh. Die Vögel. Aber das ist durch diese doppelten Herzen halt, hast du halt... Extreme Möglichkeit, da rauszukommen. Ja. Aber das gestaltet den Kampf, finde ich natürlich auch wieder viel interessanter. Wohl wahr. Ah, ich höre was. So, ich habe jetzt... Dieses Geschrei. Wo kommen die alle her? Töte sie. Ja, aber guck, töte sie. Hey, du bist lustig. Die greifen gerade unseren Villager an. Alter, das ist ein Bug. Junge, wir können uns das Leben retten, indem wir einen Villager spawnen. Die greifen den Villager an. Habe ich gerade gesehen. Leute, wir können den Villager auch schlagen. Und der hat nur in endlich Leben. Leute, das ist ein Bug, Alter. Aber wir dürfen keine Bugs ausnutzen. Scheiße. Was können wir dafür, wenn der Villager jetzt hier stand. Also, den Bug habe ich jetzt nicht ausgenutzt. Den habe ich nur durch Zufall entdeckt. Aber es wäre theoretisch ein Bug, den man ausnutzen könnte. Wenn ganz viele Monster auch nicht rum sind, spawnen einfach Villager, dann gehen die auch auf die Villager drauf. Theoretisch ist das dann ja, ne? Aber es ist natürlich verboten, weil es Bug-using ist. Dementsprechend bringt es nichts. Oh, hallo, du Hexe, ne? Was? Ich bin Hacker? Ne, ich habe eine Hexe. Achso. Oh, ich habe ein Potion of Healing. Ernsthaft? Die hat ein Potion of Healing gedroppt, Zucker und Schießpulver. Ja, Mann. Übertreibt. Ich bin gerade beim Bäume fahren. Geil, Alter. Geil. Hier sind drei Skelette. Vier Skelette waren hier. Nice, Herr Scheiß. So, die habe ich jetzt auch alle mitgenommen. Da ist noch ein Skelett. Wo ist denn das Weiße da? Da, wo ist denn das Weiße? Wir haben ein Potion of Healing, Digga. Ja, hast du auch Bäume gefunden? Ja. Digga. Ich liebe dich. Ich habe ganz viele Bäume und Sticks mitgebracht. Warte. Alter, hast du mich erschrocken. So. Du kannst alle Bäume platt machen. Ich habe noch genug Holz, dass wir damit klarkommen. Also ich tue mal das Holz hier rein, dann hat es jeder von uns neun Dinger reichen. Obwohl. Wo ist denn das? Mach alles, mach alles zu Sticks. Okay, ein Emerald. Du hast so viele Smaragda, Alter. Alter, so viele Emeralds. Ich nenne sie immer Smaragda, aber ich freue mich nicht, warum. Ähm. Okay. So, dann haben wir hier ein, dann haben wir noch ein. Ich habe jetzt drei Emeralds. Wir kriegen mal den ersten Diamanten, Alter. Wir brauchen vier Diamanten. Wir brauchen 60, nee, 80 Smaragda. Alter, das ist ganz ehrlich, das ist total behindert. Das ist voll ultra. Also wir hätten uns, wir müssen uns, ich habe auch hier noch vier Smaragda hier dazu gepasst. Also sorry, aber das sind die Regeln meiner Meinung nach irgendwie viel zu strengen. Also selbst wenn du die ganze Aufnahmezeit nichts anderes tust als farmen, glaube ich, ist es mega schwer, wirklich alles zu schaffen. Ganz ehrlich, also ohne jetzt hier Kritik äußern zu wollen. Aber das, da muss ich Kritik äußern, sorry. Hier, im Healing Potion packe ich alles rein, ne? Ich höre Lava, warte, sag mal kurz ruhig. Ich höre Lava. Hier, irgendwo ist Lava. Ich höre Lava. Okay, cool. Ich bin stolz auf dich. Ja, lass mal das Lava finden, Mann. Wir können uns Lava einmal machen. Ihr sollt zwei Eimer mitbringen? Ja, bitte. Ich werde es gleich finden. Irgendwo hier ist Lava. Unter uns, hab es gefunden. Yeah, hab es gefunden. Also lass natürlich nicht reinfallen, das wäre natürlich sehr schlecht. Keine Angst. Bitte fall nicht rein, wenn du zu mir kommst, direkt unter uns ist Lava. Also nicht da reinfallen, bitte. Ja, ich. Ja, Alter, hab ich auch Lava gefunden. Wuhu. Das ist mega nice, weißt du. Wie weit du nach vorne gegangen bist, Alter. Hier, komm mal her, komm mal. Ey, du bist in der falsche Etage. Ja, wie weit du gegangen bist. Wir sind schon fast in der Mitte. Achtung, hier gibt es eine Rekrunklauch. Nicht hier reinfallen. So, da gibt es Lava. Du kannst zwei Lava einmal fertig machen. Oh. Awesome. Awesome. Ha, das ist unsere Lava-Mine jetzt. Alter, weißt du, wie geil das ist? Wir können auch unsere Schrott-Items, die wir haben, können wir einfach hier reinschmeißen. Das ist episch. Also alles, was Müll ist, einfach da rein donnern. So wie diese komischen Farblöcke. Wir dürfen halt nur selber nicht reinfallen. Oh, 20 Minuten. Und zack, ich habe noch ein, ich habe noch mal Redstone ganz viel. Ähm, ich brauche noch ein bisschen Kribble. Ich finde ja noch irgendwo Kohle. Das ist ja gerade mein Ziel aktuell. Ich grabe mich einfach, ich grabe mich jetzt einfach mal in die Richtung hier. Jolo. So, ich finde ihn noch. Oh Gott. Zack und zack. Ah, Kohle! Funktioniert. Ich habe noch ein bisschen Redstone. Guck mal, wie viel wir bräuchten, um uns ein Enchanting-Table zu bauen. Ähm, alleine 70 Emeralds. Ähm, keine Ahnung, hier steht das nicht. Hier ist kein Enchanting-Table. Nein, das meine ich nicht. Aber wie viele Diamanten und alles bräuchten wir, um uns ein Enchanting-Table zu bauen? Einen Diamanten bräuchten wir und den Rest können wir uns selbst machen. Also wir bräuchten um einen Verzauungstisch, 20 Emeralds brauchen wir dafür. Okay. Ich glaube, das ist sogar fast noch wichtiger, wenn wir alles verzaubern können, als wenn wir, ähm... Ich habe noch einen Emerald gemacht. Ich weiß, was du meintest, ja, mein Freund. Also es wäre natürlich schon geil, wenn wir auch Diamantenschwerter und so hätten. Aber ich glaube, es ist auch echt nicht schlecht, wenn wir... Oh! Was ist los? Nein! Scheiße! Was machst du denn? Ein Creeper hat unsere Kiste hier explodieren lassen. Dein Ernst! Pass mal ein bisschen besser auf und setz da bitte Fackeln hin. Mann ey, es muss ja nicht sein, dass in der Base Sachen spawnen. Also das geht ernsthaft vor. Äh... Äh, hast du mich eingegraben? Nö. Ich bin einfach nur hochgegangen und habe mich über den Lava-Eimer gefreut. Äh, du hast mich eingegraben? Ich habe nichts gegraben. Ich habe nichts zugemacht. Gut, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ich dachte, du hättest mich eingegraben, Alter. Du hast mir voll Angst gemacht. Unsere Emeralds sind weg. Dein Ernst? Nein, macht Spaß. Oh Mann, das ist doch witzig. Ich wollte gerade sagen, ich nehme nie mehr wieder mit dir auf. Oh nein. Nee, alles gut. Das ist so, Alter. Ich hasse dich einfach so extrem. Das war für den dummen Spruch jetzt eben. Wie er mir einfach einen Lebensschock gibt, Alter. Überscher Schock, Mann. Überscher Megaschock. War für den Spruch jetzt, Digga. Dünner. Was? So, ich bin jetzt weiter auf Bäume fahren, ne? Harker, mein Spruch. Dünner. Bitte. Alter, ich grab mich einfach gerade raus, das ist nur Cobblestone. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Naja, Cobblestone bringt Redstone. Redstone bringt auch Emeralds. Ja, aber trotzdem nicht so geil irgendwie auf Dauer. Boah, Alter, wie die Spitzhacke einfach abgeht. Bam, 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 bam. Oh, Baum gefunden. Ja, das gibt übrigens die besten, die schnellsten, äh, die besten, äh, die schnellsten Emeralds, genau, Penis. Also wir brauchen nur Obsidian und das können wir uns ja selbst schmelzen mit Wasser und, und. Genau, kann man damit auch, äh, Dings machen? Was? Wir brauchen nur vorher ne Diamant-Spitzhacke. Nein, wir brauchen, wir brauchen, äh, vier Diamanten. Äh, das kannst du schon alleine schon deswegen vergessen und allein schon, weil es vier Diamanten sind. Weißt du, wie viel das ist? Boah, ich bin schon am, ich bin schon am hellbraunen, äh, Spawn-Dings. Lull. Such mal einen anderen Spawn von denen. 20 Kilometer, wenn ich mich einfach 20 Kilometer hier weggrabe von dir. YOLO. Ist ja gerade gerade auf dem Server, deswegen habe ich keine Angst, dass mir irgendwas passieren könnte. Wir haben aber noch nichts gefunden, keine andere Base, kein anderes gar nichts. Ja, das ist aber auch gar nicht mal so einfach hier, glaube ich. Ne, die Map ist doch größer, als ich dachte. Also ich dachte so, hm, ich hatte echt Schiss. Das sieht alles ein bisschen eng aus. Aber fast unmöglich, Alter, ganz ehrlich. Boah, wie ich einfach hier alles weggrabe. Wie du der Boss bist, Alter. Ja, ich bin der Oberboss. Sag da nichts gegen. Entschuldigung. Gibt keinen bosshaftigeren Boss als mich. Du bist der Boss, der Bosse, mein Freund. Das klang so eingebildet einfach. Ja, komm, sie werden es dir auch verzeihen. Genau wie das andere. So. Ich höre Zombies, das heißt, es gibt wieder schönes Fleisch. Wo seid ihr? Meine Spitze hat der Hacker einfach immer noch funktioniert, obwohl sie schon, äh, okay, sie ist kaputt. Wir haben auch zehn Ruppenflash, das heißt noch ein Emerald für uns. Also langsam nimmt es richtig Fahrt an. Ja, wollte ich gerade sagen. Okay, ich komme wieder hoch. Yo, ich bin hier immer noch an Bäume, for me. For me, for me, for me. For me, for me. Ich bin stolz auf dich. Ja. Also was wir auch machen könnten, wäre eine Art Lava-Falle. Also wenn wir dann später, schon ein bisschen weiter nach vorne sind, könnten wir ja, äh, uns so eine kleine Base machen und drumherum einfach so Lava, weißt du? Dass die vielleicht reinlaufen, dass wir uns reinstellen können und drumherum ist Lava, weißt du, was ich meine? Ja, aber eine Base aufzubauen, verbraucht so viel Zeit. Weißt du, wie schnell du die Blöcke weggegraben hast und da drumherum Lava gemacht hast? Ja, aber wir werden ja eh weiterziehen. Ich glaube nicht, dass es lohen wird. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ja, dumme Menschen wissen nie, wo sie sind. Bist du an der Base? Wie ich dich aber einfach mobbe, Alter. Ja, ich bin an der Base. Okay, nee, hab schon gefunden. So. Ich komm zu dir mit neuem Holz. Ich hab noch mehr Kohle gefunden, das rettet uns grad noch mehr Emeralds, also gibt uns noch mehr Emeralds. Hier liegt schon wieder eine Spitzhacke. Ich weiß, die ist auch kaputt. Wie immer. Hä? Die funktionieren doch alle noch, bei mir gehen die kaputt. Dann forme ich damit jetzt noch. Warum geht die denn noch? Alter, das ist Bug-Using, wir dürfen keine Bugs ausnutzen. Nein, die brechen auseinander. Ja, ist die doch bei mir? Und dann hatte ich sie plötzlich wieder im Inventar. So. Jetzt mach ich die nächste hier kaputt. Siehst du? Jetzt mach ich die nächste hier kaputt. Loil. Aber warum geht die denn erst kaputt und ist dann wieder da? What the fuck? Jetzt ist die auch kaputt. So, jetzt hab ich alles kaputt gemacht. Du bist halt schlecht. Was? Was? Die Viecher einfach wegpacken. Aber man kriegt trotzdem Zeug. Also keine Angst, wenn die wegding sind, dann kriegt man trotzdem Zeug. So. Blup. Oh, falscher. Oh, Bombo ist der reiche so. Ich hab noch mehr Emeralds für uns, nochmal drei Stück. Ich hab auch noch welche für uns. Glaube ich. So, das Rottenflash brauch ich jetzt nochmal. Jetzt hab ich noch mehr. Alter, wenn wir für zehn Moorrüben auch ein Emerald kriegen, soll ich unsere zehn Moorrüben dafür mal verwenden? Ja. Komm. Jetzt alles oder nix. Alles oder nix. Okay, wir brauchen 16 Rottenflash. Ich hab mich vertan. Tut mir leid. Warte, was könnten wir denn noch sammeln? Ich hab aber auch noch Rottenflash. Wir können... Ja, dann gib mal her. Gib mal her. Hier, warte, da. Wir könnten... Übrigens, wir könnten Flint noch gebrauchen, wenn du Gravel hast. Hab ich. Zehn Stück sind auch noch ein Emerald. Flint hab ich. Moorrüben hab ich. Ähm, Schießpulver brauchen wir noch. Wollen wir uns noch eine Moorrübenfarm machen? Ich hab noch drei Knochen. Daraus kann ich Knochenmehl machen. Und dann kann man doch die Moorrüben zum Wachsen bringen, ne? Ja, warte, warte. Ich habe... Wie viele Knochen hast du? Eins oder drei. Dann lass mal... Mach nochmal... Oh, cool. Dann mach am besten... Dann können wir noch... Wollen wir nochmal ganz schnell irgendwie so eine kleine Farm hier bauen? Ja, mach mal. Wreuchten wir aber... Ähm, gut, Erde ist hier genug. So, ich wollte jetzt gerade noch hier... Das Rottenflash einlösen für einen Emerald. Oh, da kommen Zombies. Ja. Alter, Alter, wie sind das? Was ist falsch mit dem? Woher kommen die plötzlich immer? Du hast das Rottenflash aufgenommen. Ja, 18, Alter, übertreib. So. Da, zack, zack, jetzt haben wir schon vier. Wie viele hast du? Wie viele Emeralds? Also zehn Stück haben wir allein jetzt schon in der Base. Äh, ich hab 17. Wir könnten unser erstes... 27. Hm. Aber den brauchen wir dann noch nicht. Ich lass uns erst dann machen, wenn wir zwei... Oder, nee, warte, bevor er wieder ein Creeper kommt und uns irgendwie alles kaputt macht. Oder? Weiß ich nicht. Nö, das geht eigentlich alles. Okay. Äh, warte, ich mach kurz hier eine ganz kleine Mini-Farm in die Ecke, wo du hier gerade das Dings gemacht hast. Hast du Wasser ja, ne? Wir brauchen nur eine Reihe. Ich kann ja alles immer direkt dingsen, weißt du? Wir brauchen nur eine Reihe. Hast du genug Wasser eigentlich dafür? Ich hab gar kein Wasser. Wie, du hast gar kein Wasser? Woher soll ich Wasser... Wieso soll ich Wasser haben? Ich hab nuller was. Alter, wie dumm bist du eigentlich? Wir hatten da hinten so viel Wasser, ne? Und du nimmst einfach keinen Wassereimer mit. Ich wette mit dir, du wirst deswegen sterben, weil du keinen Wassereimer hast. Hundertprozentig. Du hast doch einen. Ja, das hilft uns ja jetzt nicht, weil wir brauchen zwei, um das hier zu einer unendlichen Wasser-Dings zu verbinden. Ja, warte, ich hol welche. Obwohl wir sind... Kommst du jetzt Wasser herkriegen? Ne, ich glaube, die Aufnahme sollten wir jetzt mal beenden. Ja. Gut. Aber es kamen noch nicht 15 Minuten, oder? Okay, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.